Norddeutscher Rundfunk 2021 Und der Volkspark Explodiert Eckball ausgeführt Auf den ersten Pfosten gebracht Da steigen die Kölner hoch Können zunächst klären Ball bleibt aber heiß Ist immer noch Ein Kuddelmuddel im Strafraum Da kommt Winsheimer Tor 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 für den ASV Und die rasten alle aus Ganze Bank Rennt aufs Feld Manuel Winsheimer Premierentreffer Hätte sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können Perfekt Später Lucky Punch Für den ASV 1 zu 1 Nochmal Torchowski Der hat jetzt frei Der hat ganz viel Platz Mach was Junge Direkt Tor 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 für den ASV Rückwärts Zeitung Von Kjadra Torchowski 3 zu 2 Die regulären Spiele sind jetzt abgelaufen Was für ein Tor Was für ein Finale Letzte Möglichkeit Ecke Von der rechten Seite In die Mitte Gebracht Dort steigen sie hoch Pajab Der Tor Ja Jawohl Da ist er wieder Der Finale Macht das Tor Und das Stadion Brodelt Mal auf und davon Winsheimer ist es Linkes Strafraum Eck Schon durch Schaut in die Mitte Abgelegt Und dann der Schuss Doyle 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 Boom Do it again Tommy Tommy Doyle He does it Was ein Tor Von Tommy Doyle Super herausgespielt Kostic Der den Ball Da läuft Könnte ihn jetzt sein Die Mitte Flanken Von der linken Seite Da ist Bakaryjata Da ist Luca Walsh DOR 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 DOR